Yo, hey Freunde und was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Last Oasis. Jetzt hat sich wieder mal einiges getan seit der letzten Folge. Ich hatte ja gesagt, wir machen in dieser Folge vielleicht ein bisschen PvP oder den Handelsposten erkunden. Eventuell kriegen wir es über beides in dieser Folge. Hier ist die ganze Zeit einer rumgefahren, entweder auch mit dem Dinky Walker oder Stiletto Walker. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Problem ist, ich muss nur nochmal neu spawnen, weil mir ist was dazwischen gekommen. Jetzt bin ich hier nochmal am Rand der Wüste, der war mir ein Land einwärts. Ja Leute, bevor wir diese Folge starten, tut mir doch einen Gefallen und klickt doch einfach mal den Like-Button, klickt den Abo-Button hier unten. Wie gesagt, es hat sich einiges getan bisher. Ich habe schon ein paar Fragmente mehr gesammelt. Ich habe das Ganze schon ausgegeben. Wollte ich eigentlich mit euch zusammen machen, aber das ist mir immer ein bisschen heikel. Gerade wenn man so viel hat, nachher wird man geratet, dann ist alles weg. Dann freut sich ein anderer drüber und wir haben gar nichts. So, zur Erklärung. Also, ich habe mir die Balliste freigeschaltet, die man selbst aufbauen kann. Und hier Holzwerkbank, um uns selbst, wie heißen sie, die Holzzweige, jetzt komme ich nicht auf den Namen, hier die Holzschaft, genau, Holzschaft zu craften. Das spart nämlich ziemlich viel Farmarbeit. Und was wir jetzt als erstes machen, ist die Balliste uns mal freischalten. Dafür brauchen wir Pflanzenfaser und Holzschaft. Jawohl. Dürften wir eigentlich haben. Jawohl. Pflanzenfasern, Holzschaft, alles am Start. Mehr als genug. So, dann halt bauen wir das gute Stück mal. So, das können wir jetzt hier irgendwo auf dem Walker platzieren. Die Frage ist, wo? Oh, ja, es muss schon irgendwie sinnvoll platziert sein. Vielleicht hier nach hinten. Wir werden ja wahrscheinlich öfters magiert, denke ich. So, komme ich hier jetzt noch durch? Ja, sehr gut. Okay. Wir haben zwei Ballistas. Oh Mann. Ja, jetzt brauchen wir noch Munition dafür. So, die kriegen wir hier. Dafür brauchen wir auch Holzschaft. Ja, okay, bevor wir den jetzt bauen, ist es... Ah, wir können das komplett drehen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das hätte ich sogar mal anders denn noch bauen können. Naja, egal. Ist ja erstmal für den Anfang. Und, ja, was wir als nächstes halt brauchen, ist hier dieses Teil. Das ist auch ganz praktisch. Objekt wird nicht... Hä? Ja, okay, wenn es blöd platziert, ist es auch scheiße. Geht das hier? Ja, es war alles ein bisschen voll jetzt, aber egal. So, äh, was brauchen wir denn dafür? Holz- und Pflanzenfasern. Sehr gut. Äh, Pflanzenfasern haben wir natürlich... Das, was wir sonst am meisten haben, haben wir jetzt natürlich nicht. Na gut, wir bauen auch noch keine volle Munition. Das können wir uns später machen. Uns geht es erstmal hier um die Harpune. So, jetzt haben wir eine Harpune. Denn mir wurde von einem, äh, Nutzer geraten, hier vorne mal diese Kisten, die man nur mit den Harpunen, äh, benutzen kann, äh, mal auszutesten. Also, nicht austesten, mal zu zerstören. Beziehungsweise, das war jetzt ein bisschen blöder erklärt. Also, man kann diese Kisten nur zerstören, indem man sie mit einer Harpune aufspießt und sie eine Zeit lang mitschleppt, so wie ich das verstanden habe. Und da wird man halt richtig viel Fragmente rausbekommen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich denn hier raus? Ähm... Ja, wenn man nicht mehr schießen will, wie... Hä? Ah, okay, auf F. Das war jetzt eine größere Geburt. Naja, gut. So, zumindest haben wir jetzt einen, äh, schon mal cool ausgestatteten Walker am Start. Auch wenn es jetzt nur unser Dingy ist. Also, ähm... Ich würde ja gerne noch mal den Stiletto Walker bauen, aber, okay, dafür müssen wir halt noch ein bisschen Fragmente mehr fahren und wir haben halt auch wirklich viel, viel anderes Zeug, was wir mehr brauchen. So, okay. So, den haben wir jetzt aufgespießt. Mal schauen, wie das Ganze jetzt funktioniert. Ah. So, ich kann hier kurz mal gucken, ob das was bringt. Ob das Teil hier Schaden bekommt. Nee. Mit der Apule ziehen. Ah, das ist... Okay. Können wir das vielleicht irgendwie ranziehen? Also, ich hole erst mal hier den Beutel. Ah, wir haben wieder ein Hemd. Ja, ich habe irgendwie das Hemd verloren und so, ähm... In einem Kampf gegen Lupus. So, auch meine Schuhe, aber egal. Das ist jetzt nicht so tragisch gewesen. Äh... Das ist irgendwie aus der Spielwelt gebackt, bei meinem ganzen Loot, den ich nach meinem Tod wieder eingesammelt habe. Aber okay, wie gesagt, äh... Nicht so schlimm. So, aufwickeln, abwickeln. Okay, wir wickeln mal auf. Okay, hier tut sich jetzt nichts. Also, ziehen wir den einfach nochmal ein bisschen. So, ah, das nervt hier so ein bisschen. Das Steuerteil zu kriegen. Okay, dann fahren wir halt eine Runde. Ah, oh nein. Oh nein, 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 nein. Da hinten ist unsere Nemesis. Dieses beschissene Drecksteil. Okay, die Kiste ist zwar gleich kaputt, aber, äh... Ja, wir haben halt diesen blöden Hund jetzt an der Backe. Ich weiß nicht, ob das gefixt wurde. Ob der jetzt vielleicht hier... ...irgendwie nicht ganz so lange an unserem Arsch kleben bleibt. Fakt ist, auf jeden Fall, äh, der nervt. Ah, nee, er hat diesmal von uns abgelassen. So, hier dürften wir es doch jetzt kaputt kriegen. Wenn es jetzt hier bergrunter geht. Ah, jetzt. So, sehr gut. Die Kiste ist kaputt. Also, da muss es irgendwie vielleicht noch einen Trick geben, wie man das effektiver machen kann. Auf jeden Fall hat das jetzt ein bisschen länger gedauert. Ähm, egal. Mal schauen, was drin ist. 23! Und Errungenschaft freigeschaltet. Drag and Loot, perfekt. Ja, sehr gut. Ähm, das ist nice. Das freut mich. Okay, dann nehmen wir hier noch Kiste. Ich habe jetzt aber keinen Bock, jetzt hier, äh, weiter die anderen Kisten zu farmen. Aber 23 auf einen Schlag, das ist so schon richtig cool. Damit können wir arbeiten. So, das verstaue ich hier alles erstmal. So, auf einen Schlag 28 Stück. Jetzt haben wir wieder 30. Jetzt könnten wir eigentlich schon irgendwas Sinnvolles wieder freischalten. Ja, aber was? So, ähm, gut, die Frage ist jetzt, ich befinde mich ja eigentlich schon ziemlich in der Nähe hier von, ähm, ja gut, was heißt in der Nähe? Aber zumindest näher als vorher von Handelskosten. Handelskosten. Und, äh, im Handelskosten kann es wirklich auch, äh, zu PVP-Situationen kommen. Und ich bedenke, dass hier der, äh, Dinky Walker vielleicht ein bisschen langsamer ist, auch wenn wir den jetzt hier, äh, schön ausgerüstet haben mit, äh, Waffen und sowas. Aber uns fehlt auch noch Munition. Ähm, ich überlege jetzt, den guten hier hochzuladen und mit dem Spider Walker einfach reinzugehen. Dürfte eigentlich das Sinnvollste sein. Dann brauchen wir nämlich auch nicht unsere andere Ausrüstung jetzt hier opfern. Das Zeug, was wir jetzt eigentlich vielleicht noch brauchen werden, also hier, das hier, können wir alles eigentlich hier lassen. So, dann packen wir halt, packen wir das ein, das hier, das hier, äh, das können wir mal aufheben. Das packen wir ein, das, äh, Tierfett. Das heben wir auf. Das, äh, könnte nützlich sein. So, Pflanzenfaser, Qualität, die lasse ich hier. Das lasse ich auch hier. Wobei ist eigentlich nur eins. Ja, egal. Lasse ich alles hier. So, das hier nehmen wir auch mit zum Verkaufen. Hier, viermal Rucksack, den brauchen wir überhaupt nicht. So, Verbände. Ja, lasse ich sie hier. Ja, lasse ich. Dann packe ich hier das ganze, Stein brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Palmier kriegen wir auch mehr als genug. Dann sind das hier die raren Gegenstände. So, ähm, Wir machen einen kleinen Cut rein. Und sehen uns gleich wie auf dem Spider Walker, Leute. Okay, Freunde, ich bin jetzt mit dem Spider Walker nachgespawnt. Und habe auch schon den Weg hier zurückgelegt. Ihr seht's hier am Horizont. Und das ist der Handelsposten. Und, ähm, ja, hier kann's jetzt natürlich auch, ähm, definitiv zu PvP kämpfen kommen. Je nachdem, ob andere Spieler da gerade auch sind. Das ist ein vollkommen offener Handelsposten. Also, da kann jeder hin, zu jeder Zeit, wann er will. Und sich auch mit anderen bekriegen, so wie's aussieht. Und was ich auch gesehen habe. Können wir kurz in die Map gucken. Beim Spawn ist mir was aufgefallen. Unsere bisherige freie Welt ist... Hä? Okay, das kapiere ich jetzt nicht so ganz. Ähm, mal wird's mir als erobert angezeigt, mal als nicht erobert. Momentan ist, äh, die Karte offiziell nicht erobert. Ähm, ja. Vor fünf Minuten war das noch anders. Vielleicht tobt ihr auch irgendwo schon ein großer Kampf oder so. Ich weiß es nicht. Äh, ist mir auch egal, solange mich keiner damit reinzieht. So, unser Ziel ist, das hier zum Handelsposten zu kommen. Damit wir endlich den unnötigen Scheiß loskriegen und ein bisschen Kohle dazu bekommen. Damit wir auch ein paar Walker-Upgrades uns irgendwann mal kaufen können. So, ich hoffe, auf dem Weg komme ich auch da hin. Das ist hier halt immer ein bisschen blöder. Ähm, ja... Blöder zu erreichen mit den ganzen Schluchten und Abgründen und so'n Zeug. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier nirgends runter falle. So, aber wir kommen dem Ganzen schon näher. So, ja, sieht cool aus. Momentan... Ja, da ist ein Walker, aber der sieht irgendwie ein bisschen zerstört aus, hab ich so das Gefühl. Sonst ist hier nix los. Spider-Walker... Was? Was steht da? Der Walker kann diese Zone... BVP-Shopper nicht noch allein. Ah, okay, hier sind wir scheinbar safe oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir ein Zeitfenster von 15 Minuten. Und... Ja, Leute, das ist es. Wir schauen es mal von weiter Sicht an. Das ist unser Ziel. Hier müssen wir hin. Du, was? Wieder BVP-Shopper nicht noch anrichten. Ah, okay, also hier sind wir scheinbar doch safe. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, hier passiert dann uns doch nix. So. Okay, genug geguckt. Wir müssen weiter. Nicht, dass jetzt hier doch irgendwie was abgeht. Da hinten ist schon wieder so ein blauer NUR. NUR, keine Ahnung. Ah, da vorne ist so ein Verteidigungsturm. Über meinem Kopf. Den können wir uns bauen. Da kann man Waffen platzieren für... Ähm, ja. Um sein Stuff zu safen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt ein Spieler-Verteidigungsturm ist oder... ganz normal... ähm, hier standardmäßig in der Welt platziert. So, ah, wir sind überladen. Okay, das ist natürlich blöd. Wir müssen hier ein bisschen ballastlos werden. Ich hoffe, wir haben jetzt... hier nichts Wichtiges, was zu schwer für uns ist. So, ja gut. Stein und das hier können wir da lassen. Holz braucht kein Mensch. Das hier... So, jetzt... Ja, jetzt müsste es gehen. So, okay. Da ist er und zerstört, das Spider-Walker. Ah, da vorne ist ein... Spieler, der sich scheinbar ausgelockt hat. Können wir ihn töten. So, wie es aussieht. Oder? Ne, wir können keinen Schaden anrichten. Zumindest die besagte Zeit, die wir jetzt haben. Äh, ich will auch jetzt nicht die Zeit unnötig verstreichen lassen. Wir versuchen mal jetzt hier hochzukommen. So, okay. Hier gibt es auch, glaube ich, verschiedene Händler, wo wir verschiedene Sachen kaufen können. Oder? Hier können wir schon mal nichts machen. Ah, hier können wir handeln. Okay. Habe ich noch nie gemacht. So, Fortverkauf, verkaufen. Ah, ich würde eigentlich gerne Sofortverkauf machen. Erdwachs, hier. Das hier. Für 13. Haben wir es? Da stand 13, aber ich kriege 11. Was ist denn das für ein Beschiss? Naja, okay. So. Bienenwachs ist schon richtig teuer. Kriege ich aber auch nicht alles raus. Eigentum von M... NMC. Ich bin Eigentümer des eroberten Gebiets. Ah, okay. Das sind quasi die Eroberer. So, hier. Das ist, glaube ich, eine Funktion. Hier kann ich das teurer verkaufen auf Zeit. Aber wir wollen es halt schnell losbekommen. So. Module bringen mir nix. Okay, da behalte ich das. So, die Banane. Die Banane bringt mir auch nix. Okay. Was macht denn Alio Werbe? Wow. Das bringt richtig viel. Okay. Das Ganze lohnt sich. Ne, den Rucksack will auch keiner. Hier verbessert das Holz. Kriege ich auch nix für. Das behalte ich. Erdwachs. Ja. Erdwachs ist jetzt nicht so. Ja, okay. Den Rest behalte ich. Wir haben schon genug. Wir haben 822 Goldmünzen bekommen. Das ist schon nice. Aber wir gucken uns noch mal hier ein bisschen kurz um. So lange hier keiner uns auf den Sack geht. Können wir vielleicht hier irgendwas noch? Nein. Nein. Ist auch nicht. Ah, hier könnten wir Erdwachs verkaufen. Oh, hier sind auch richtig viele zerstörte Walker irgendwie in der Nähe. Ja gut, das sagt mir nur so viel wie wir sollten uns beilen und nicht allzu lange hier aufhalten. Denn irgendwann kriegen wir auf die Fresse früher oder später, wenn wir Pech haben. So, was geht hier noch? Null. Null. Okay, hier kriege ich das gleiche raus. Hier ist auch nix. Okay, wir bezahlen quasi. Ah, deswegen kriege ich nicht den vollen Betrag. Wir bezahlen quasi Steuern an die Eigentümer von hier. Okay, hier steht es. Steuersatz direkt unter Eigentum vom NMC. Wir gucken mal kurz, was wir kaufen können. Vielleicht gibt es hier irgendwas Interessantes. Arzneintrank des Wanderers. Aschebaumwolle. Pinemachs. Elementtafel. Wow. Wow. Die ist richtig teuer. Okay, das lassen wir. Eroberungslizenz. Eine Erlaubnis, einen Proxywalker zu bauen, um eine Oase zu. Erobern. Okay. 100 für ein Fragment. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gibt es hier irgendwas anderes Interessantes? Magma Samen? Nein. Ein Nibiranisches Mineral. Perle. Nein. Pfeil. Nee, nichts Interessantes. Reisestock brauchen wir auch nicht. Obennaden gibt es hier. Wunderscheide. Zerschmettertes Fragment. Nee, nichts Interessantes für uns. Ja gut, wir haben jetzt noch 8 Minuten. So, unser Spiderwalker steht da. So, dann seilen wir uns hier mal gepflegt ab. Ach, dem Teil hier wurden die Beine weggeschossen. Ah, deswegen... Okay, aber hier haben wir jetzt schon wieder einen guten Ansatz für uns, wo wir unsere Kisten zum Beispiel platzieren können. Der Walker ist nicht geschützt. Ja gut, können wir aber trotzdem nichts dran ausrichten momentan. Also, solange... Das ist halt so eine kleine Schrift. Du kannst in dieser Zone weder PvP-Schaden anrichten noch erleiden. Okay. Also, in 7 Minuten könnten wir das Teil jetzt looten. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das irgendjemand schon gemacht hat. Wäre ja sonst so ein bisschen blöd, wenn ihr einfach mal so ein größerer Walker rumsteht mit ein paar platziert Kisten drauf. Und der einfach nicht gelootet wird. So, Fakt ist, wir haben auf jeden Fall jetzt Kohle. Das erste Mal. Und ich verpisse mich jetzt auch mal ganz schnell. Nicht, dass jetzt hier einer um die Ecke kommt. Gut, wir könnten hier jetzt noch Ali Overe fahren wie ein Bekloppter. Und noch mehr Kohle raushauen. Aber, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu heikel. So, wir gucken mal kurz auf der Map, denn hier in der Nähe... Ah, okay, das hier dürfte... Also, für die Leute, die es noch nicht wissen, Gebiete oder komplette Oasen in Lost of Aces claimt man mit Proxy Walker. Das sind spezielle Walker, die bauen sich auf. Das dauert, glaube ich, eine Stunde, in der man die Dinger verteidigen muss, bis die fest platziert sind. Und dann ist man, glaube ich, 24 Stunden lang erstmal geschützt. Und das Teil ist unzerstörbar. Das heißt, hier 19 Stunden und 18 Minuten lang ist jetzt definitiv diese Oase den jetzigen Eigentümern. Und dort kann keiner was ändern. Erst nach Ablauf der Frist sind die wieder angreifbar. Ich bin mal gespannt, was passiert. Also, ja, das wird dann jetzt laut meiner Zeit jetzt morgen Nachmittag sein. Wo dann vielleicht was abgeht. Also, das sollte ich mir vielleicht vormerken. Zu der Zeit dürfte ich auch online sein, denke ich mal. Ich werde dann mal auf jeden Fall zum Platz auskundschaften. Mal schauen, was da passiert, was da abgeht. Also, die werden wahrscheinlich auch die Zeit jetzt nutzen, um sich da ordentlich auszurüsten und eine Festung zu bauen mit Geschütztürmen und was weiß ich. Wäre ja ein bisschen blöd, wenn nicht. So, aber auf jeden Fall, mein Ziel in dieser Folge ist erfüllt. Wir haben endlich, endlich unseren Digi-Walker ein bisschen bewaffnet. Wir haben Sachen freigeschaltet. Wir haben rausgefunden, wie wir die Harpunenkisten looten können. Wir haben den Handelsposten endlich erreicht und Geld verdient. Und unseren Stuff, den wir nicht brauchen, endlich losbekommen. Das Einzige, was wir in dieser Folge nicht hatten, war PvP, da ich mich frühzeitig zwischen euch ausloggen musste. Wo hier ein paar rumgefahren sind. Aber okay, ich beklage mich nicht. PvP wird wahrscheinlich noch früher kommen, als es mir lieb ist. Und ja, was soll ich sagen? Ich erinnere mich noch ganz kurz. Ich habe ein Video gemacht. 5 Tipps, wie Last Races funktioniert. Oder beziehungsweise Last Races. Wie geht das? Ich blende es hier oben mal als Infobox ein. Oder da. Oder da. Ich weiß es nicht. Ich kann nie die Seiten einschätzen. Das nächste, was ich euch ans Herz legen würde, ist mein Video zu Atlas 3.0. Denn ich habe ja in diesem Video gesagt, sobald ich die 100 Abonnenten habe, werde ich ein neues Atlas PvP Projekt starten, in dem auch andere Leute mitspielen. Also ich starte das Ganze nicht solo. Ich mache das Ganze in einer Crew oder mit einer Crew zusammen. Schaut euch das Video einfach mal an, kommentiert, wer mitmachen will. Und in dem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ja, lasst mir ein Abo hier auf dem Button da. Schaut euch das Video an, schaut euch die Playlist an und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Last Races wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, macht's gut. Euer Gimings Beast.